Das weiß doch jeder, wie ein Einhorn schlüpft. Es kommt Horn voran, aus seiner Mami gehüpft. Klingt das nicht toll? Klingt das nicht falsch? Nein, 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 nein! Warum bist du nicht froh? Tach, euer Lächeln! Das ist euch doch bloß ins Gesicht geleimt. Und mich nervt auch, dass ich hier jeder Satz reimen muss. Das geht mir total auf den Keks! Was? Nein! Was? Nein! Was? Nein! Was? Du hörst wohl schlecht? Du musst ein bisschen lauter sprechen. Ich höre schlecht. Das dachte ich mir schon. Was? Na toll, ein Wasbär. Wenn du nicht Platz machst, dann wirst du wohl mit mir kämpfen müssen. Na und? Wer ist das eigentlich? Das ist eine Prinzessin. Die ist aber hübsch. Was? Das könnt ihr aber gut. Ja, 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 ja. Nein, doch. Na und? Was? Nein, doch. Na und? Was? Nein, doch. Na und? Was? Nein, doch. Na und? Was?